Marc Erdmann singt euch das nächste Lied, speziell für Maja, die ist eben schon gegangen. Nina geht ihr euch erzählen, wie es gegangen ist. Maja muss eben morgen auf Hawaii fliegen. Und hätte einer noch üben müssen, Honolulu Baby, komm doch zurück, Honolulu Baby, das ist mein bestes Stück. Also wie gesagt, Maja ist reing. Nimm mit, wenn ihr das Lied. Ein, zwei, drei, vier! Das war's für heute.